Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute werde ich erneut einen kleinen Ausblick auf WeWising wagen, welches am 17. Mai in die Early Access starten wird. Viel Spaß beim Ansehen! Ja, was zum Teufel ist WeWising eigentlich? Nun, einfach beantwortet wie auch Conan Exiles und manch andere Titel ist WeWising ein Open-World-Surviving-Game, welches ihr lediglich als Vampir bestreiten werdet. Ihr startet völlig entkräftet, nachdem ihr jahrhundertelang im quälenden Schlummer gelegen habt. Wo einst euer mächtiges Reich war, sind nur noch verfallende Ruinen. Die Sonne, die Menschen der umliegenden Dörfer, aber auch die wilden Tiere stellen eine ernstzunehmende Bedrohung für euch dar. Nicht zu vergessen, dass da draußen noch andere Kinder der Nacht sind, die eure erstarkene Macht neiden und am liebsten zerstört sehen wollen. Aber ihr seid ein Vampir und ihr seid durstig. Sehr durstig sogar. Blut ist Leben, das wusste schon Dracula und da sind die naheliegenden Siedlungen der Menschen im wahrsten Sinne des Wortes sehr einladend. Zumal Blut nicht nur Leben, sondern auch Macht bedeutet. Bekehre Menschen und verwandle sie in deine Diener, egal ob lebend oder weniger lebend, um dein erstarkendes Imperium der Blutsauger weiter zu vergrößern. Natürlich darf auch das Handwerk nicht fehlen. Ihr müsst euer Domizil neu errichten, zum Schutz vor der Sonne, aber auch vor Gegnern. Und ihr müsst Ausrüstung für euch und eure Lakaien haben. Und auch hier kommt euch die Macht des Blutes zugute. Und zu guter Letzt darf natürlich das Miteinander nicht fehlen. Lehrt euren Feinden das Fürchten und schadet eure Freunde um euch, denn gemeinsam saugt es sich leichter. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, ich hatte schon immer ein Faible für Vampire und das Spiel, obwohl ich noch keine Sekunde gespielt habe. Nun, ich muss ehrlich zugeben, das hat es mir bereits angetan. Ich weiß aber auch, dass die Diablo-typische Vogelgrafik nicht jedermanns Geschmack ist, aber ich persönlich liebe einfach diesen schaurig schönen, düsteren Gothic-Look und die Liebe im Detail der verschiedenen Trailer, die ich bis jetzt gesehen habe. Dass dies auch noch ein Survival-Aufbau-Game sein wird, so wie Conan Exiles. Nun, ich muss ehrlich zugeben, genau dies ließ mein eiskaltes Herz für dieses Spiel extrem höher schlagen. Nun, solltet ihr auch Interesse haben, setzt das Game bei Steam einfach auf eure Wichtliste. Und wenn am 17. Mai die Early Access startet, nun wer weiß, vielleicht sieht man sich ja mal im eiskalten Mondlicht im nahegelegenen Dorf um die Ecke, ihr wisst schon hinter dem Wald, den ein oder anderen Kelch leckeren Blutes schlürfen. Na, wer weiß, das Game wird auf jeden Fall über einen Einzelspieler, aber auch über einen Online-PVP und einen Online-Koop-Modus verfügen. Nun denn, ihr Kinder der Nacht, ich hoffe, euch hat diese kleine Folge gefallen und wenn dem so ist, packt den Vlog weg, denn Support ist kein Mord. Unterstützt mich und meinen Kanal, indem ihr die Folge liked, kommentiert und teilt. Und anstelle von Knoblauch, abonniert lieber diesen Kanal. Am besten noch mit der Aktivierung der Erinnerungsglocke und schon seid ihr immer im Bilde, sobald ich ein neues Video hochlade oder einen Stream starte. Haltet euch vom Feuer und der Sonne fern, gehabt euch wohl und bis bald.